Ich bin jetzt 65 Jahre alt. Und war es heute quasi... Normal müssten Sie noch arbeiten, richtig? Ja, ich kriege jetzt Rente. Ich werde, wenn ich gesund bleibe, das Leben, genau das Leben weitermachen, was ich jetzt mache. Ich erwarte nichts mehr an Karriere. Ich glaube, ich habe gemacht, was ich machen musste. Ich werde viel Sport machen. Ich werde versuchen, so lange Radio zu machen, solange es mir Freude macht, damit das Studio da unten nicht vor sich hin staubt. Und sonst werde ich versuchen, meine Zeit die Hälfte des Jahres in Lanzarholen zu bringen oder ein Drittel des Jahres und ein schönes Leben zu haben. Ich freue mich über jeden Tag, wo ich gesund das machen kann, was ich will. Ich habe nichts. Ich bin kerngesund. Zumindest nicht, dass ich etwas wüsste.